Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lass uns doch am Wochenende einen Ausflug machen. Was machen wir hier? Du wolltest doch herkommen. Gwen! Schaffst du das? Danke. Kannst du mir jetzt sagen, was mit dem Mädchen passiert ist? Wie soll ich das wissen? Er ist bereit einzusteigen, wenn du Montag nicht da bist. Das kannst du nicht machen. Das ist meiner! Was ist mit dir los? Mir? Bleib hier. Bitte, was habe ich falsch gemacht? Gar nichts dazu gemacht. Was soll ich denn machen? Lars, hör auf. Du warst doch nicht dabei. Klar war ich dabei. Nein, das kann nicht sein. Ich will dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Lars! Du wusstest davon. Du hast nichts gesagt. Manchmal ist es besser, wenn man Sachen nicht aussprach. Für wen ist das besser? Ich sage mal. Vielen Dank.